ja liebe leute es ist soweit das allerletzte rennen der formel 1-saison 2019 steht heute an ja unsere ersten saison wir fahren ja noch eine zweite vielleicht schauen wie es halt läuft ja schön dass ihr wieder dabei seid bei f1 2019 zum großen preis von abu dhabi nach dem dritten sieg in brasilien hintereinander beziehungsweise dem neunten insgesamt in dieser saison wollen wir jetzt natürlich heute den abschluss feiern mit sieg nummer 10 so da sind wir in der garage fünf nachrichten haben wir bekommen die wochenwelt vorschau ist klar aber wie gesagt sollte kein problem sein der heck abtrieb reif am nutzung ist durch ja qualifier und rennen trocken das ist das allerwichtigste das haben wir wieder auf die reihe bekommen und das update naja wir sind weit zurück ja sind immer noch am ende des feldes aber dass wir das letzte rennen auf jeden fall werden wie gesagt familie ist das definitiv klar mal schauen wie es halt in der neuen saison läuft die drei waren mal zu punkte und 51 punkte alle 50 aber geholt gut dann haben wir noch mal was war zu mir die beiden sachen gebaut wunderbar so der ist durch dann so und dann kann man nämlich jetzt noch mal kräftig ein einheiten investieren ein motor rein ich weiß dass wir strafen ohne ende bekommen aber so können wir frisch und frei in ihnen in das letzte saison gehen klar dass wir jetzt ohne ende strafen bekommen aber getriebe ist uns auch schon neu drin deswegen ist das klar dass wir jetzt mit der neuen einheit mit der neuen einheit im letzten wie gesagt getriebe wird neu reingebaut kommt immer schon dabei sind tränen wir auch neu rein zack oder auch ein na gut da ist schon alles aktualisiert so saisonergebnisse wir gucken mal rein was haben wir denn aber für gut ja die dsq in australien als wir da an der wand stand und nicht mehr weg gab das war so das einzige was uns da so kaputt gemacht hat aber seitdem eigentlich immer sehr gute ergebnisse gewohnt wenn man jetzt ein ehrlich ist gut hamilton am 8 österreich aber das war so schlecht so und ja wir haben einige schlicht ergebnisse disco in australien platz 18 in als erweitern platz 10 und sparen über einen punkt geholt haben dann die siege in monaco kanada vierter platz in frankreich sieg in österreich großbrotantien platz 4 deutschland platz 6 ungarn der sieg belgien platz 2 immerhin noch erster italien und dann singapur mit dem ausreißer platzen 19 nur als dann vettel glaube ich leclerc dann auch darstellen müssen dann der sieg in russland ja beim platz 15 auch kein gutes retten aber dann die drei siege jetzt hintereinander und das wollen wir jetzt noch mal zum abschließen mit sieg nummer vier insgesamt dem dann zehnten sieg in folge und dann wollen wir hoffen schauen wir mal wie es die neue saison wird gut dann gehen wir rein ins freie training aus abu dubi mobiltelefon ich erwarte ich ja jederzeit in den anrufen nachricht oder sonst irgendwas wir kommen in abu dabe in den vereinigten arabischen miraten wo die hohe temperatur und die luftfeuchtigkeit den fahrern zu schaffen machen werden welche herausforderung bietet die strecke hier in abu dabe den fahrern das hier ist eine sehr komplexe rennstrecke sie verlangt häufiges bremsen und dadurch entstehen wohl beim heutigen qualifern die meisten fehler der letzte sektor ist schwer zu meistern dort gut durchzukommen wird entscheidend sein warum wir uns gerade die meldung gab dass wir so session oder dem kampf in brasilien so abu dabe haben wir doch ein setup irgendwo ich habe theoretisch auch in abu dabe nass setup da ist es aber wir fahren unser abu dabe setup da ist es nämlich vor dem frankreich konkreten was mich rausgesucht so dann auf geht's wie gesagt ins allerletzte freie training der neuen vor der form der saison und dann wissen wir auch am ende der drei folgen also am sonntag wissen wir dann auch wo es endlich dann weiter geht für uns in saison 2 könnt ihr mal so ein paar kleine tipps abgeben wäre cool ja die gridschrafe ist mir gerade herzlich egal wir wissen dass wir durchaus ein gutes auto theoretisch haben aber wir haben es gut wir haben alle teile ausgetauscht aber wir haben neun frisches auto zum abschluss hier nochmal besorgen so bot das darf aller höchstens sechster siebter werden und dann sind wir vize weltmeister ist auch mal was macht das ist so mit dieser saison aber mal gucken wie weit wir kommen wir sind ja 16 punkte mehr holen als wir sieben punkte glaube ich insgesamt darf er mehr holen als wir also sollten wir gucken dass wir in top ten noch fahren aber das wird definitiv klar sein dass wir da heute dass wir da definitiv nicht stehen wie gesagt wir werden irgendwo in der letzten reichen aber dann hoffen wir mal dass wir hier mit dem frischen auto in abu dhabi noch was reißen das ist auch so eine schrecke die mir liegt so neues getriebe das haben wir über seine straffahrer drin aber alle anderen einheiten müssen wir einmal kurz tauschen so wenig wie in singapur wo einfach mal kurz alles gibt ausgetauscht haben aber das muss ja dann auch sein dass wir das auto ja schon komplett kaputt gegangen aber so haben wir keine probleme mit dem leistungsverlosen können dann wirklich schon frei unsere rennen fahren ist toll mit der 45 3 der kanadier im haas auch bei dem weiß man nicht ob der nächste sommer haas bleibt aber mal gucken wie jetzt halten wir das kann jetzt tatsächlich passieren dass jetzt nach der sache immer gut das komplette fahrerfeld durch gemixt wird nur ich bin wirklich mega gespannt drauf und wo es vor allem für uns hingeht also definitiv kein top team ist es menschen klar so die erste zeit reichlich um jetzt max verstoppen zu kassieren fahrer vor mir bis zeit gerade das auto fühlt sich doch besser als in brasilien auf jeden fall wobei dann mit mir und not gerade das nicht nur gewinnen konnten Die Runde ist der fastest in dieser Session so far. Drei Runde im Regen, drei Runde im Trocknen noch gefahren. Das ist schon eine Runde 3 hier. Gucken wir mal, ob wir jetzt noch gut die Zeit ein bisschen gedreht bekommen. Gucken wir mal, ob wir irgendwas gezaubert bekommen in dieser letzten Kurvenkombi. Oh, das tut's. Machen wir neue Bestzeit, liebe Leute. Yes. Gute Sekunde davor. Sehr gut. Sof Mediums. Trotzdem noch keiner aus die Soft drauf, ne? Boah, Bottas auf einmal wieder um eine gute Zeit gesetzt. Was eigentlich schon fast wieder eine Katastrophe ist. Bei Bottas auf 1 wäre eine absolute Katastrophe für uns. Hamilton auch noch davor. Ein Mercedes ist echt stark mit einem guten Auto. Ich stehe vor, das ist das Verstappen, Leclerc, Weber und Vettel. Aber hinter dem Mercedes auf 3. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an Bottas, Hamilton und Richter. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Die Zeit, das ist herzlich, ja, das ist herzlich egal. Wie gesagt, diese 30 Plätze, die tun natürlich extrem weh, weil es, wie gesagt, das letzte Saisonrennen ist. Und hier sehe ich wirklich, was alle noch mal ein bisschen zeigen wollen. Aber wir können ja auch mal vielleicht zeigen, ob wir das mal von hinten doch nochmal aufräumen können. Und nicht wie in Singapur, wo wir dann echt verkackt haben. So. Gut, dann gehen wir jetzt rein ins T2. Das sind wir auch durch dann mit dem Qualifying. Also damit den Trainings. Ah, naja. Schon wieder? Okay. Da gehen wir jetzt mal auf die Strecke mit dem Softreifen. Also hinter dem Mercedes ist natürlich, wie gesagt, eine Katastrophe. Aber momentan würden wir auf Platz 33 stehen. Und es wird schon leicht dunkel. Ja, mal gucken, ob der William stark genug ist, um das Ding von hinten einmal aufzuräumen, das Feld. Oder kommen wir absolut so rein, dass wir das böse verkacken. Wie in Singapur zum Beispiel. Aber in Singapur hat es ja auch geregnet. Also das Regen war ja auch nicht meine Welt. Also von daher. Hier ist es trocken. Hier könnte tatsächlich was gehen. Aber könnte. Mal gucken. Ich hoffe, dass wir eine bei dem Mercedes tatsächlich geklackt bekommen. Also mit Bottas auf jeden Fall. Dass wir da haben, wo wir im Platz zwei noch in der Ware haben wollen. Wie geht's? Nochmal zur Rechnung. Er darf sieben Punkte, Max 6 bis sieben Punkte mehr holen als wir. Dann ist das Thema gegessen. Dann sind wir vorne weg. Aber, naja. Ich hoffe. Dann sind wir vorne. Dann sind wir vorne. So, die erste Runde läuft und wir sind auf jeden Fall vorne. Nicht ganz vorne. Hamilton ist vorne. Hamilton ist vorne. So, mal gucken, was es jetzt die erste Zwischenzwertigkeitschrift gibt. Ja, die zweite war nicht. Weißt du, ich vergesse den Fluglauf zu machen. Das würde momentan nicht reichen, um vorne dabei an Hamilton ranzukommen. Weißt du, ich vergesse den Fluglauf zu machen. Wir sind erst da jetzt wieder. Da sind wir gleich noch durch mit dem zweiten freien Training. Wo wir starten, macht es aber auch nicht mehr aus im nächsten Abschnitt. Alter, habe ich nicht verloren. Habe ich richtig verloren in so kurven Kombinat. So eine halbe Sekunde liegen lassen. What? Wir müssen in's lab, please. Box's this lab. Das ist eine gute Frage. Reicht nicht, um vorne heranzukommen. Ja, war es dann auf drei. Wow, Respekt. Auch nicht schlecht. So. Training 2 auch durch. So, das ist das zweite freie Training gewesen. Wie gesagt, jetzt gehen wir gleich rein in Training Nummer 3. Ja. So, dann jetzt ab rein in Training Nummer 3. Oh, ich habe vergessen jetzt. Was hat er mir für Reifen aufgegeben? Die weißen, die brauche ich nicht. Ab jetzt zurück in die Garage. Nochmal neue Reifen aufziehen. Ein bisschen zu schnell gewesen. Medium, okay. Keine Soft. So, nächste Rennen. Nächste Station ist ja morgen schon als Qualified. Das letzte. Heute ist das letzte freie Training. In der ersten Saison. Da hinten euch um diese Spade. Das wird mir dann auch, wie gesagt, für eine zweite, vielleicht auch eine dritte Saison fahren. Na, gucken wir halt die Saison, wie das jetzt ausgeht hier. Mal gucken, wie die nächste Saison überhaupt ausgeht. Aber schaffen wir es hier tatsächlich nicht, nur noch den Vize-Weltmeister-Til zu holen. Na, vor allem mit der Session, mit der Quidd-Strafe. So, erste Session, äh, erster Sektor ist langsamer als die von Verstappen. Hamilton, 39,9. Ah, wenn keine Bestfall setzen können. Mit den Mediums ist das absolut nicht möglich. Hinterverstoppen. Dann ist der Bot, das der, glaube ich, ganz weit vor uns fährt. Zweiter. Dann hätte er 18 und wir würden momentan bei 12 liegen. Das würde reichen. Jetzt würde sogar gerade nur so aufgehen. Also wir müssen es halt gucken, dass er ein schlechtes Ergebnis wird. Mit den Mediums kommen wir eh nicht an die Spitze dran oben. Keine Chance gegen die Ferrari, Mercedes, was da oben noch ist. Da wird noch ein bisschen was noch kommen. Hamilton, 39,7, noch hinterhergezogen. Ah, ja, 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 eine Sekunde. Ja, mal gucken. Vielleicht reicht es zumindest mal, sich auf Platz 3 oder 2 zu schieben. Auf 2 vor Wotters. Da bin ich auch zufrieden mit. Der 2 wäre ein gutes Ergebnis. Ich weiß, dass wir nur zwei Runden gefahren sind. 0,3 schnell langsamer als 10 Minuten. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, dass wir Botters und Verstoppen-Up-Igold haben. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und da jetzt alle Fahrzeuge, die die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal, die drei Bestplatzierungen. Hamilton, Botters und Richter. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sagen. Ja, das ist das Training 3 gewesen, liebe Leute. Das letzte freie Training für Williams. Vorher zu mir kriegen wir einen neuen Vertrag im neuen anderen Team. Ich weiß ja nicht, wo wir halt nächste Saison fahren. Das ist es halt. Da fahren wir hoffentlich am Sonntag. Und dann wissen wir auch, was die neue Saison bringt. Und dann sehen wir uns morgen wieder um 14 Uhr. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.